Hallo und herzlich willkommen beim Conrad HQ. Mein Name ist Olli und wir sprechen heute über Venom 2 Let There Be Carnage. Um das festzustellen, habe ich mich vielmehr eingesetzt, mit dem Film ganz in Ruhe angeschaut, bewusst auf Bild und Ton geachtet und möchte euch jetzt sagen, ob sich diese UAD für euer Heimkino lohnt. Und ja, Venom 2. Ich war sehr gespannt. Ich mochte den ersten eigentlich ganz gern. Es gibt stärkere Superheldenfilme, aber diese Tom Hardy, nochmal Tom Hardy Kombi, wie er mit sich selber spricht und so. Sehr unterhaltsam, das Ganze. Und ich fand auch da schon hat der Film ordentlich geknallt. Und ich war jetzt aber auf den zweiten gespannt, weil Woody Harrelson als Gegenspieler, ich liebe Woody Harrelson sehr. Deswegen war ich hier jetzt echt gespannt. Und gleichzeitig verrutschen ja gerade ein paar Franchises ineinander. Und da bleibt ja auch abzuwarten, ob man da mit Venom eventuell nicht, ja, ob der nicht auch noch irgendwo anders auftaucht. Ich meine, alle anderen durften ja auch auftreten. Warum nicht Venom? Ja, ein paar Eckdaten. Der Film wurde Regie geführt von Andy Serkis. Er ist erschienen im Jahre 2021, hatte eine Laufzeit von knackigen 98 Minuten. Ich finde, diese 98 Minuten hat er auch gut genutzt, weil, also zum Film selbst, er ist jetzt nicht viel stärker als der erste. Ich fand den ersten Schau nicht besonders stark. Unterhaltsam, ja, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, da tut sich richtig was. Der hat irgendwie diese coolen Momente oder so. Es ist halt hauptsächlich sehr viel Humor, Situationskomik und einfach dieses, ja, Tom Hardy mit sich selbst. Also im Quadrat praktisch. Und das ist es im Endeffekt, was mir den meisten Spaß macht. Und so ist es auch im zweiten Teil. Mir fehlt persönlich so ein bisschen das Carnage. Also der hätte für mich ruhig noch einen Tacken, ja, noch einen Tacken intensiver sein können. Wegen mir, was weiß ich, brutaler oder auch, ja, deutlicher. Also er ist halt, er ist halt schon relativ zahm. Aber insgesamt unterhält der Film eigentlich, ja, da ist wieder von Vorteil, dass er nur 90, oder 98 Minuten lang ist mit Abspann. Weil da kann halt gar nicht viel Langeweile aufkommen. Das ist zack, 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 die Story ist nach 10 Minuten etabliert. Und das machen sie eigentlich ganz gut, das gefällt mir, das gefällt mir da. Die erste Hälfte des Films ist tatsächlich erstaunlich ruhig insgesamt. Dafür macht die zweite Hälfte einiges Wett. Und selbst das finale Feld für Marvel oder Sony, Sony-Marvel-Verhältnisse relativ kurz aus. Fand ich interessant. Die Handlung ist, wir verfolgen wieder unseren Lieblingsjournalisten Eddie Brooks, gespielt von Home Hardy, der ja zum Ende des ersten Teils den Symbionten Venom bei sich aufgenommen hat oder in sich. Und jetzt sind die beiden unterwegs und bilden ein ziemlich dynamisches Duo. Die ganze Thematik ist, dass Venom halt Gehirne essen will und muss und Eddie steht da jetzt nicht so drauf. Und die sind, glaube ich, die sind noch in so einer Identitätskrise und versuchen für sich rauszukriegen, was sie denn jetzt eigentlich vorhaben. Parallel ist es so, dass der Superverbrecher oder Serienmörder Woody Harrelson ein Interview nur mit diesem einen Journalisten haben will. Und dabei kommt es halt zu dem Unfall, dass ein Stück von Venom rüberwandert zu Woody Harrelson und dadurch hat er die Möglichkeit, zu Carnage zu werden. Das führt daraufhin zu einem ziemlich spektakulären Gefängnisausbruch. Ja, und der Rest ist egal. So. Das Ganze führt zu doch ein paar Actionsequenzen, wie gesagt, ab der zweiten Hälfte und da geht es dann richtig zur Sache und das ist tonal, ja, nicht zu überbieten. Also spitze. Aber kommen wir zuerst zum Bild. Der Film ist komplett digital gefilmt, hat deswegen eine sehr glatte Optik, ist zu jeder Zeit aber wunderbar scharf, hat sehr intensive leuchtende Farben, die Kontraste gefielen mir auf der UAD sehr, sehr, sehr gut und alles leuchtet insgesamt wirklich schön heraus. Also wir haben ein paar düstere Szenen, aber wir haben zum Beispiel mit Carnage einen sehr roten Superhelden, mit Venom einen eher schwarzen, also einen schwarzen und wenn die beiden aufeinandertreffen, dann werden die Kontraste schon sehr deutlich. Aber ich finde, das ist sehr gut rübergebracht auf der UAD. Auch so Sachen wie sehr helle, Sachen wie Scheinwerfer, kommen sehr angenehm durch. Also die leuchten sehr schön, also sie strahlen sehr deutlich aus dem Bild heraus und wirken einfach so, wie sie wirken sollen. Also insgesamt gefühlt mir dieses Bild wirklich gut. Jetzt nicht perfekt, wie der Ton, aber schon wirklich gut. Die Blu-ray im Vergleich tut sich da jetzt nicht viel weniger, aber hier ist es für mich das HDR, was wieder dieses bisschen mehr rauskitzelt. Wir haben, wie gesagt, eine gute Schärfe, aber halt vor allem schöne Kontraste, leuchtende Farben und ein durchweg sehr schönes Bild. Tonal brennt Venom Lab, der Big Carnage, alles weg. Der ist wirklich richtig gut tonal. Wir haben auf der UAD im Englischen eine Dolby Atmos Spur, im Deutschen eine DTS HD. Deswegen sind die beiden auf der Grundebene identisch. Also wenn ich sage, dass die englische Atmos Spur perfekt ist, auf der Grundebene, dann gilt das auch für die Deutsche. Was nah an Dynamik, Wucht, Intensität, Direktionalität, Surround-Aktivität los ist, wir bleiben auf der Grundebene, ist, ja, habe ich hier nicht mehr gehört seit Godzilla vs. Kong. Da sind die beiden für mich glatt jetzt auf einem Platz und gerade wenn Carnage aus dem Gefängnis ausbricht, das ist die Hölle los. Also es ist richtig was los, da schlägt es überall rundherum ein. Aber halt auch feine Sounds kommen immer wieder gut durch. Es gibt noch einen weiteren Charakter, den habe ich bisher nicht erwähnt, gespielt von Naomi Harris. Da wird häufiger mit Gehörlosigkeit oder mit Abgeschottetsein gespielt und dieses Dumpfe, das wird so toll in den Raum transportiert, dass es klingt, als selbst wenn man selbst in so einem Glaskasten und das wird wirklich gut gemacht. Aber wieder bei den Actionsequenzen ist es halt so, das schlägt zu jeder Zeit voll durch und gerade der Bass, der hat richtig zu tun. Also wirklich ein soundtechnisch, ein hervorragender Film. Bei der Atmos-Spur, im Englischen muss man natürlich noch hinzufügen, wir haben die Höhenlautsprecher, die haben ein paar Momente. Ich habe schon gesagt, der Film ist in der ersten Filmhälfte ein bisschen, ja, rar gesät, was Actionsequenzen angeht. Es ist aber so, wenn Venom spricht, dann kommt das schon von überall. Wenn Carnage irgendwas macht oder auch spricht, dann ist es komplett einhüllend und da kommen die 3D-Lautsprecher nochmal richtig mit. Von daher, wir haben einiges an Aktivität. Wenn sie kommen, dann klang das für mich auch alles sehr gut. Hat dann auch nochmal ein schönes Extra dazu gebracht und gefiel mir da wirklich hervorragend. Aber wirklich das Glanzstück dieser Scheiben sind die DTS-HDs. Also die Grundebenen für alle, also für beide Sprachen. Pro und Contra. Auf der Pro-Seite haben wir ein wirklich gutes Bild. Kontraste, Schärfe, Farben, alles schön. Gefiel mir da wirklich gut. Jetzt vielleicht nicht das schönste Bild, was ich hier gesehen habe, aber auch bei schnellen Bewegungen konnte man echt gut folgen und es war, ja, also wirklich, ich habe da nichts zu nirgends. Gefiel mir wirklich gutes Bild. Der Ton überflügelt das Ganze noch. Wie gesagt, englische Dolby Atmos, deutscher DTS-HD. Und auf der Grundebene beides perfekt. So viel Wucht und Direktheit und Bass, das ist was für euer Allerheim Kino. Wirklich gut. Die englische Atmos-Spur hat halt nochmal dieses kleine Plus an 3D, was aber nicht komplett ausgenutzt wird und deswegen jetzt für mich kein Ausschlagkriterium wird. Bonusmaterial, wir haben sieben Featurettes, die komplett auf der Blu-Ray liegen. Ja, das gibt nochmal einen ganz netten Einblick, ist aber auch jetzt nichts unglaublich Außergewöhnliches. Also ein paar Sachen waren ganz spannend, aber auch hier nichts, wo ich sagen würde. Deswegen nehmt ihr am besten die Blu-Ray. So, auf der Contra-Seite. Tja, also was die UAD-Veröffentlichung angeht, habe ich hier, glaube ich, nicht viel. Die Spuren sind prima, es ist alles da. Ne, kein Contra. Der Blu-Ray-UAD-Vergleich, der ist wieder kompliziert, weil diese hervorragenden Tonspuren, die ich gerade gelobt habe, liegen genauso auf der Blu-Ray. Und das Bild der Blu-Ray ist nicht schlechter. Es ist halt einen Tacken anders durch fehlendes HDR, aber das ist nicht viel. Achso, ich habe gerade gesagt, die Tonspuren liegen genauso. Also, ihr habt die DTS-HD in Englisch auf der Blu-Ray. Nicht die Atmos. Dementsprechend fehlen euch die Höhenlautsprecher, aber wie schon gesagt, die sind ab und zu mal da, aber das ist jetzt nichts, weswegen ich sagen würde, wow, das ist so ein Riesen-Plus. Kauft euch die UAD. Weil diese hervorragende Grundebene ist halt auf der Blu-Ray auch schon da. Das heißt, ihr habt ein sehr gutes Bild auch auf der Blu-Ray. Nicht ganz so strahlend teilweise, nicht so super kontrastreich wie auf der UAD. Aber das Wichtige an den Tonspuren ist da, dieses Bonus-Material ist auf der Blu-Ray. Ich würde sagen, wenn ihr die UAD nicht für einen Schnapperkurs irgendwo bekommt, dann tut es hier echt die Blu-Ray. Mein Fazit ist also, auch wenn mich der Film wieder nicht wirklich gepackt hat, nicht, dass ich jetzt sagen würde, irgendwie, dass es ein richtig guter Film war, war er doch sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Das ist hier die richtige Kombi. Also deswegen hat er für mich auch immer noch funktioniert. Trotzdem, dass die Story jetzt nicht wirklich, also man konnte sehr viel vorhersehen, war nicht sehr komplex. Aber trotzdem war halt, und mir gefällt hier einfach dieses Zweiergespann zwischen Venom und Tom Hardy einfach. Wie die beiden, oder wie er da mit sich selbst spielt, ist super. Also wirklich sehr unterhaltsam, lustig, kurzweilig, kompakt und halt auf einer Superscheibe. Also diese Tonspur, ja, die brät euch weg. Und die brät hier auch alle Lautsprecher weg. Also wirklich gut. So viel Dynamik hatten wir hier, wie gesagt, seit Godzilla nicht mehr. Und er wird auch auf jeden Fall auch in diese Playlist kommen mit den besten UADs, weil, also nicht viele Abstriche. Wirklich gut. Ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Gefällt mir, dann merke ich auch, dass es euch gefallen hat. Ansonsten, kommentiert gerne, wir können uns gerne über Venom unterhalten. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Danke für eure Zeit jetzt und bis zum nächsten Mal. Ciao.